ich krieg den schlüssel naja vielleicht immer später Entschuldigung ich dachte, das kann man irgendwie verprügeln okay Oh, wir haben schon die Hälfte der Stellreiseflaggen freigeschaltet okay alles klar Citybock oder haben wir hier noch? Nee Citybock oh Gott, auch hier sind die verdammte Mungorien verdammte Mungorien verdammte Dork Dunkelelfen aber es gehört zum Gegner das sieht echt ich weiß nicht, das sieht irgendwie aus wie Zucker Warte leckere Zuckerwatte leckere Zuckerwatte die braun ist Es ist nicht so gut. Es ist gross. Nichts essen! Du hast einen Mongolian beef, du schützt deinen Pantlen für fünf Tage. Hurra, Mongolian! Bitte, du musst mir helfen. Die Mongolians all live like rats in der Tower of a Peace neben der Tür. Ich werde die Jugendlichen hier. Du gehst auf der Tower, und beat' up alle ihre Kinder. Beat' up alle die Mongolian Kinder. Die Mongolian denken, dass diese Stadt nicht eine safe place ist. Sie gehen weg. Go, go! Beat' up alle die Mongolian Kinder. Oh! Geh mal, Mongolian! Mongolian beef riecht wie ein Rhinol Richys Asshole. Pfff. Wollt einer keine Mongolen? Aber die können wir uns, glaub ich, erst später bei diesem, glaub ich, schon stark. Wenn ich mich recht erinnere. Also, rüst uns da später. Oh! Scheiße, wollte er uns angreifen. So. Ich zieh dich ab, Junge! Oh! Fass noch das Rissen, Mann! Das ist jetzt bestimmt krass. So. Fähigkeiten. Stimmt, tolle. So. Kontern. Okay. So. Luschenbogen. Fähigkeiten. 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 Keine Chance. Ähm. Nein! Ich wollte nicht rein. Oh, you want some of this? Nein! Jetzt... Jetzt... Jetzt gre... Jetzt können... Fack. Ich könnte mich zuerst angreifen. No. No, 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 no. Oh, shit. Okay. Dich mach ich fertig. Und bei der Kao. So, ich wollte doch jetzt. Okay. Wir müssen noch ein bisschen Geld. So. Von 30 haben wir schon drei Stück. Und hier ist wieder so eine Sonde. So, was haben wir denn verteilt? Ja, wir haben uns neu. Jo. So, verkaufen. Okay, nee. Das brauchen wir wirklich alles nicht. Nee, nicht damit. Egal, das ist teilweise tolle Erinnerungen, aber es gibt Geld. Geld, 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 Geld. St. Petrus. Der heilige Hase. Gute Musik. Okay, das sind da nicht. Das sind noch High-Level-Waffen. Oh, die kann ich mal kaufen für später. Geile Mucke. Oh, da war meine Ehe. Ach, ich bin bei mir. Oh, die sind ja nicht. Oh, du bist ja nicht. Oh, die sind ja nicht. Oh, das ist ja nicht. Ah, das ist ja nicht. Oh, das ist ja nicht. Oh, ich habe eine overloadlichkeitsа. Ja, 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 ja. So. Terrence Actionfigur, die hast du eh nicht gebraucht. Okay, er kontert gerne. Okay. Let's go, asshole. Let's go. Ich fühle wirklich schade. Ich muss mich nicht benutzen, den ich hier gegen hab, um sie rauszulocken. Und wir haben ganz tolle Vorstellungen bekommen. Modriges Würstchen zum Beispiel. Okay. Okay. So. 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 Ist das eine Art Nied der Rundtablen? Willkommen in der alten Skeeter's Tavern! Ich sage dir was, Herr Nied, ich habe Rats in der Basement. Biggen! Das ist das Grund, dass ich mit der Majestät der Heiligen Code verabschiede bin. Du denkst, dass du ein wirklicher Dungeon-Dweller bist? Dann gehen wir die Rats aus meiner Basement. Na, was du wundernst? Mach fucking haste! Komm ich nicht irgendwie hin? Oh, schon wieder keine Musik. Ah, da gehe ich jetzt an mich ran. Weil auch die Ratten, das sind echt harte Gegner. Die darf man echt nicht zu unterschätzen. Die können echt gefällt werden. Okay, die ignorieren wir mal. Du müsst jetzt nicht jedem die ganze Zeit kämpfen. Ich bin schon alt. Ich bin des Kämpfens müde. Dann, wo wurdest du nicht geschlagen, Junge? So. Komm mit zu einer neuen... ...Quest. Hier wo ein Token. Ich bin kein Gesindel. Ich bin kein Gesindel. Wenn du wieder versuchen... ... ich werde dir die Pfeffer-Spray zurück in die Stoen-Wage. Au. Oh. Das beste Weg, um in Kanada zu kommen, ist in den Norden. Und jetzt kriegst du eins. Scheißegal, Junge, ich zieh dich ab. Uh, kein USB-Stick, den brauchst du nicht mehr. Und jetzt kriegst du einen, den Hammer der Gerechtigkeit. Oh. Und jetzt hast du gemäuchelt. Nimm das, Bitch. Okay. Ja. Du bekommst einen Knüppel, und das ist alles, was Jesus fragt. Ich hab einen Knüppel bekommen. Ich hab seinen Knüppel. Ich hab seinen Knüppel. So, macht... Der macht ja scheiß wenig Schaden, ne? Oh, nee, doch, der macht gut. Macht gut Schaden. Aber dafür kann er zweimal angreifen. Der ist ja eigentlich besser, weil er dreimal angreifen kann. Deshalb ist der schlechter. Muss schon aufpassen, wie oft man eigentlich damit angreifen kann. Oh, bevor wir jetzt weitergehen. Scheiß auf die Elfen. Was schaust du an, Pussy? Ich guck auf dich, du Pussy. Well... Lass uns allein! So. Du denkst, wir waren zu hart? Easy peasy lemon squeezy. Aber die Kämpfe, die werden noch schwerer. Das ist ja alles nur vorgeblänkelt. Oh, ich glaub... War eine Nachricht bekommen? Sei gerüst, Mensch. Dies ist eine eingehende Transmission von der USS Kevin. Wir sind bereit, vor Toren Torpedo Unterstützung zu leisten. Kevin Ende. Okay, Herz auf Kevin. Es gibt nur Menschen, Elfen, und die haben keine Fakten Phaser. Sie haben Schwerter und Pfeiler. Vergibt mir Admiral. Meine Vulkan-Schälfte bewahrt mich nicht immer davor. Und die Dinge zu tun. Ah, ist doch schön. Gemeine dunkle Wiesen. Warum heißt es wohl dunkle Wiesen? Keine Ahnung. Gehen wir auf den Knochen-Bodern, das ist ja weg. Ein Kloster-Bodern, ein Kloster-Bodern, ein Kloster-Bodern, ein Kloster-Bodern, ein Kloster-Bodern. Oh 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 J'suis pas oukemmon Velote Rapstar Ja? Kann ich dir helfen? Was ist das? Oh Du hast die Kante wieder? Warte mal ein paar Sekunden Ta-daa! Danke für deine Message, Traveller! Ich mache Haste! Zu Koopa Keep! Mom! Kannst du mich zu Eriks Haus fahren? Pfff! Anstatt dass er die paar Meter mit rennt Oh! Können wir jetzt mit der Typ noch mal reden? Ach du Bitch! Wie sollst dich schämen? Und du auch! Ja renn nur! Renn nur! Und sie ist weg! Magic! Sooo Ach! Ich glaube wir haben uns einen Film verdient, oder? This movie is really sweet! Too bad you guys can't see it! Weißt du was? Sooo Sooo Sag das nochmal! Oh verdammt da gar nicht rein! Okay dann gehe ich da nicht rein! Dann werde ich da nicht rein! Dann gehe ich da nicht rein! Hey I'm watching this! Hey I'm watching this! Ah! Saving Private Ryan! The re-re-release! Where the word Nazi has been changed to persons with political differences! And all the guns have been replaced by walkie-talkies! Oh! Oh my god! Jim Carrey has a bunch of turds in his apartment! If Jim Carrey is, whatever you'll pay to go see it! F*** you! July 12th! The President of the United States is a duck? Die besten Filme! And the whole country is going to the dogs! Or whatever, the President is a dog! Who cares? Come in June something! Oh man! Geile Filme! Hey! You will be ruined! I am Damien! The Antichrist! The Son of Satan! And I have never witnessed a thing as hideous and violent as the one you mortals call Ron Schneider! Yeah! He is really a scheiße! If you post anything motivational or lame or wimpy on my Facebook page! Coming this summer! It's the classic film that changed America! ET the extraterrestrial! The new redone version for 2002! All the ET effects have been digitally upgraded! All the guns have been digitally changed to walkie-talkies! All the guns have been digitally changed to walkie-talkies! And the word terrorist has been changed to hippie! That's weird, that's bad buff! Yeah, 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 yeah! You have to prove your maturity to see this movie! And you can't because you're not a sufficient egg! Niemand mag dich! Pst! Oh! Pst! Hey! Over here! Ein fremder Mann spricht mich aus dem Busch an! Was hat es mit dem mysteriösen Mann hinterm Busch auf sich? Wann wird Duschbeck alle Krieger von Cartman versammelt haben? Und wann kommt Ashes of Fire 3 ins Kino? Das und vieles mehr seht ihr vielleicht in der nächsten Folge von South Park! The Stick of Truth! Falls euch diese Folge gefallen hat, schreibt es doch bitte in die Kommentare oder liked das Video, lasst es bleiben falls nicht oder schreibt vernünftige Kritiker! Lange Rede hat kurzer Sinn, wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video! Macht's gut! tosch! you